Abenteuer Abenteuer lauern oft da, wo wir sie nicht erwarten. Selten haben wir den Blick für das Besondere im Alltäglichen, ignorieren es einfach oder finden keine Zeit dafür. Doch nur wer sucht, die Augen öffnet, die Sinne schärft, der kann entdecken. Unbekannte Welten erschließen sich, manchmal sogar ein kleines Paradies. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020